So, da sind wir schon wieder. Hab ich schon wieder den Ton ausgelassen? Ja, das ist aber. So, das ist aber. So, und das Wasser ist ja. Wer hätt's gedacht? Ich muss einmal kurz die Kabel hinzurichten, bevor ich hier gleich, dass mir hier gleich irgendwas hinterfällt oder so. Ja, mein Headset-Kabel war es wieder. Okay. Das ist ja wieder ein bisschen doof gelegt. Beziehungsweise die Headset-Kabel ist nur Kopfhörerkabel. Ich benutze hier ein separates Mikro. Und kein Headset mehr. Seit ich das Mikro gefunden habe. Okay. Und ich würde schon sagen, wir sind jetzt wieder ein bisschen raus. Wir lassen sich mal mit dem Video im Video in der Hand um zu Sentinen ansehen. Ich werde dann auch noch ein bisschen raus machen, wenn ich das jetzt in die Miene gebe. Jede Wunderschöne immer noch mal raus. Tja, ich möchte noch mal rein und Argh! Ich möchte noch etwas essen, wenn ich nicht in die Miene begebe. Machen wir das so rum. Stimmt, hiervon kann ich mir auch noch was mit nix messen. Aha, oh mein Gott. Das ist immer die Hälfte. Wenn ich die Shift-Taste gedrückt habe und das überziehe, kriege ich immer nur die Hälfte. Ist das cool. Hm, das passt besser. Jetzt sortieren wir das noch. So, das sollte passen. Das ist immer die Hälfte. Das ist immer die Hälfte. Okay. Sie liebt Tiere. Okay. Aber daran kann ich glaube ich nicht so viel anfangen. Sie mag also keine Friedlingszwiebeln. Oder auf Laufzielen genannt. Zum Strand kann ich jetzt nicht mehr, dafür ist meine Vita schon zu voll. Und hier rechts zu dem, ähm, zu der Schmiede kann ich auch nicht. Ich glaube, hier findet man jetzt vorne nicht weiter, ne? Also von den Sachen, die ich jetzt mit habe gerade. Ne. Das sieht nicht so danach aus. Ach ja, genau. Die brauche ich auch noch. Nein. Ich möchte hier rein. Ach ne, warte. Hatten wir doch schon. Das sind jetzt nur noch die mit den Sternen. Höh? Oder auch nicht? Wie cool. Das heißt, die beiden kann ich mir noch holen. Und da hinbringen. Oh, verdammt. Das wollte ich dir gar nicht schicken. schicken. Äh, schicken meine ich. Schicken sage ich schon. Mist. Ich habe ihm ernsthaft Müll geschenkt. Ich möchte diesen Tag wiederholen. Ich glaube, das machen wir jetzt auch. So, Tag wiederholt. Die brauchen wir auch. Und ich kann nicht rein, aber okay. Mann. So, jetzt. Ähm. Da war doch noch etwas. Ne, haben wir alles. Oh, aber da können wir jetzt auch Mane etwas anderes schenken. Da brauchen wir nicht die Fühlungszwiebel zu verschenken. Moment. Das Brot sollte... Ja, Mann. Am besten hier mit rein. Ja, ich würde mal sagen, dann haben wir jetzt wieder alles mit von vorher, also soweit wir hatten und mitnehmen wollten. Und den Fehler mit dem Müll machen wir nicht nochmal. Und auch hier oben schauen. Okay. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Hier war ich bestimmt schon wieder, ne? Ja. So, und ich glaube, das war hier. Ja, das war sie ist hier. Das finde ich jetzt nur noch eine grüne Bohne. Das müssen wir dann im nächsten Herbst, äh, Herbstfrühling erledigen. Ja, ich habe keine grüne Bohne. Hallo, Abigail. Okay. Äh, Levis oder Ludus oder wie auch immer. Cool. Okay. Okay. Okay, alles klar. Okay. 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 Ja. Okay. Ja, viel Spaß dabei. Oh, nee. Yay, die Marker. Äh, Maxi, Entschuldigung. Missed. Ja, mal gut, Schoden. Nein, man, Jodie. Boah. Blech, I hate this. Wie nett. Nein, nein. Achso, ja. Der hat Zito nur wieder möchte zu werden wie sein großer Bruder, wenn er groß ist. Nein, ich suche nicht nach Aunt Man. Oh, ähm, okay. Die Kinder mögen das also auch nicht. Wir haben es jetzt 14.20 Uhr. Ich muss langsam echt in die Mühle. Moment, den Mühle lassen wir auch noch her. Okay. Okay. Dann war schon okay. Dann ging es einfach in die Mina. Das passt dann schon. Okay. Dann war schon. Hi. So, aber noch ein Puppgeschenk zu haben. Irgendwann, wir wissen ja, dass er die Bühne mag. Äh, ja, okay. Das ist also doch tatsächlich etwas zum Abbauen. Aber halt auch nicht für meine Spitzhacke. Habe ich hier jetzt schon wieder zwei bekommen? Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ich bin ein Partner. Und alles wieder voll. Also ein Leben. Energie natürlich nicht. Dafür brauchen wir ein bisschen mehr. Und alles wieder voll. Bitte noch einmalасьBU. Oh nein. Hm. Ich meine die neue die Zukunft wurden von allein. Ich nehme die rücke hervorher entropy. Oh, naja. Oh Schauen wir mal, was bringt die noch wenigstens hier auf. Also einmal die beiden. Es ist halt Monsterfleisch, aber es ist ein Brudig, dass sie sehen, oder? Zehn Blieben hat er mir runtergehauen. Ich könnte jetzt einfach warten, bis ich noch ein bisschen mehr Leben verloren habe und dann den vielen Snack essen. Dann habe ich vor allem wieder ordentlich Energie hier. Ich muss mal schauen, dass ich ein bisschen mehr in das Mikrofon rein spreche. Dort bin ich, glaube ich, ein bisschen leise. Auch wenn ich halt die Geräuschkulisse hier im Spiel schon ziemlich runtergeschaut habe. Ja, jetzt fängt es an. Essen wir dich. Yes. Was denn schon? Was? 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 Nein, natürlich. Ich muss ja jetzt raus und wieder nach Hause. Was? Ja. Was? recognised gesehen? Was? Was? Verst du? Se ist da? ich jetzt nicht wirklich Oh man, rechtsklick, nicht linksklick. So. Ja, ich weiß, es ist spät. Oh man, Katze, weg. Dichter Räumen. So, hier ist er los und schlafen. So.